Guck mal hier, der Schatten stimmt noch nicht ganz. Schau mal genau hin, der fällt viel weiter auf den Tisch. Fast bis hier. Sehr schön, Kaffee. Was ist das denn? Ach, Ida, bei dieser Aufgabe kommt es auf die Formen an. Und auf die Schatten. Aber das sind doch Schatten. Das sieht ja genauso benebelt aus wie du. Lennart. Ida, bist du irre? Schluss jetzt. Aber er hat doch angefangen. Es reicht. Du sammelst jetzt das Obst ein und stellst den Korb zurück an seinen Platz. Und deiner Mutter sagst du, sie soll mich anrufen. So, ihr nehmt eure Blätter bitte zurück in eure Väter. Wir machen nächste Woche weiter. Wenn noch was ist, ich bin noch einen Moment im Flur. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das war's. Das war's. Das gibt's doch nicht. Tschüss. Tschüss, Samus. Ja, tschüss. Sohst du was? Ja, meine Pinsel. Vielleicht hat Tom sie eingesteckt. Nee, hat er schon nachgeguckt. Dann waren's vielleicht die Tierchen. Welche Tierchen? Nee, die aus dem Mahlschrank. Sag bloß, von denen hast du noch nichts gehört. Nee. Die fressen alles, was sie kriegen können. Papier, Pinsel. Am liebsten Bleistifte. Die kleinen Sturmeligen. Sehr witzig. Tschüss, Frau Meister. Tschüss. Ist da so ein langer Rutter dabei, der ziemlich teuer aussieht? Ja. Wo? Aber der hat sich doch schon nachgeguckt. Danke. Du? Ja. Äh, kannst du mir was erklären? In Physik? Jetzt? Hm? Nee, geht nicht. Meine Schwester wartet wegen Essen. Hm. Bitte. Ich kapier das nämlich mit dem Reflexionsgesetz. Oh, Ida. Können wir das nicht Montag machen? Wie war das? Einfallswinkel gleich Ausfallschlot? Was ist das denn? Das Licht? In die Lampe. Also, wenn hier der Lichtstrahl kommt, und hier die Spiegelebene ist, ist da der Punkt, wo die Beine sich treffen. Hier ist dann das Lot. Und da ist ein Winkel. Der Winkel ist ein bisschen mäßig. Im gleichen Winkel ist ein Nummerzeug. Das ist der Winkel. Das ist ein Kind. Da ist ein Kind. Das weiß ich schon. Das ist an der Wasser. Nein, nein, nein. Nein. Ah! Karin, haben wir jetzt mit? Ja, ich komm sofort aus. Bist du bescheuert? Hallo! Frau Weißer! Hallo! Hilfe! Hilfe! Glaubst du so erklären, ich dir Physik oder... ...oder was? Du kannst du nicht einfach... Doch! Du bist ja noch bescheuert, als alle sagen. Sollst du das hier? Ida? 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 Alles okay? Mein Herz. Was ist mit deinem Herz? Es pocht so komisch. Es pocht so komisch, weil du aufgeregt bist. Wäre ich auch, wenn ich jemanden gekidnappt hätte. Gekidnappt? Ja, allerdings. Wie würdest du das nennen? Du hältst mich gegen meinen Willen fest. Menschenraub ist das. Warum? Ich will, dass du mich küsst. Küssen? Ja, auf den Mund. Du wirst doch wohl schon mal jemanden geküsst haben, oder? Natürlich nicht. Warum nicht? Vielleicht, weil ich erst elf bin? Fast zwölf. Ey, viele machen sowas nicht. Das ist eklig. Du wirst doch nicht. Okay, dann machen wir's. Was? Na, das. Stell dich hin. Wirklich? Das sind unsere Haustürschlüssel. Es ist also egal. Selbst wenn ich's machen würde, ich komm mir nicht raus, oder? Jipp! Warum sollte ich's dann tun? Bis Monter kam ein statistisch Jubiläum von 100 Prozent. Wenigstens können wir nicht verdursten. Was machst du? Hausaufgaben. Jetzt! Sollst du auch. Dann kapierst du vielleicht mal was. Der Hausmeister guckt gleich eh nochmal durch. Nee. Der Kleine ist krank. Schon die ganze Woche. Ich bin sehr krank. Das war ja krank. Wie geht's mit dem Kaffee? Ich bin sehr krank. Ich bin sehr krank. Das ist sehr lecker.